Auf die Gegengerade, zur Gegengerade helft ihr mir? Wir haben heute ein bisschen abgestimmt im Internet, wer die Aufstellung haben will und die meisten waren von der Gegengerade und deswegen machen wir das heute von hier. Der Rest, die Haupttribüne, ist natürlich auch aufgefordert, insbesondere der A- und der F-Block. Aber nochmal, ihr wisst das, das brauche ich euch gar nicht sagen, Stimmung kommt von den Rängen und nicht vom Stadionsprecher, das ist ganz wichtig. Wir fahren unser Windows 95 System hoch und zeigen euch die Aufstellung auf der Videoband. Gegengerade helft ihr mir? Gut, also unsere Nummer 1 im Tor, Jan! Unsere Nummer 4, der Abräumer auf der Außenbahn, Fuhrat! Unsere Nummer 5, der Mann für die Standards, Andreas! Unsere Nummer 6 aus Abahelie, Christian! Unsere Nummer 7 aus Seattle, Tristan! Unsere Nummer 5, aus Köln, Markus! Unsere Nummer 13 aus Kriesheim, Rudi! Und aus Südhessen, unser Uwe! Süd! 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 25 Kevin Wölk und 25 Nikola Mladenovic und mit der 43 Oliver Heil. Tschüss, bis bald mal wieder. Jetzt gehe ich wieder rüber, zurück zu Henny und vielen Dank. Sehr freundlich. Zurück zu Henny und wie viele Minuten haben wir noch, Henny? Sechs Minuten? Ja, sechs Minuten, ein bisschen Einkaufstipps.